Und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Livestream auf meinem Kanal. Heute, meine lieben Freunde, der Amaz Frosty Fragments Cup. Wie geil ist denn das bitte? Was ein geiler, wilder Nach... Und jetzt wird es nämlich wichtig für alle. So, es gibt nämlich, jetzt ganz genau zuhören, es gibt 25 Punkte für den Win. Nein, es gibt zwei Punkte pro Eliminierung. Aber man kriegt das Preisgeld nur, ich will es halt spannend halten, man kriegt das Preisgeld nur, wenn man die meisten Punkte in einer Runde gemacht hat. Ich mache ein Beispiel, du gewinnst die Runde, hast aber 0 Kills. Ist nice, hast du 25 Punkte geholt. Aber wirst du zweiter Platz mit 3 Kills, dann hast du 26 Punkte und hast damit gewonnen und nimmst das Preisgeld mit. Alle verstanden? Einzelne Chat, wenn ihr alle verstanden habt. Alle verstanden? Unter mir ist einer. Schön, Walle. Nice. Schön, wenn es geht. Okay, wir müssen jetzt zonen. Versucht irgendwie in das Feld zu kommen oder so. Oh ja, du hast mich kommen, mir weggebounced zu wollen. Für real? Ab ein, auf ein. Ab ein, auf ein. Ab ein, auf ein. Links wird ja auch im Busch, Walle. Oh, im Busch. Hinter den Stein, da sind noch welche vor dem Busch. Oh, es ist es, es ist es, es ist es. Es ist es, es ist es, es ist es. Ich impulse dich raus aus dem Busch. Einer Knock. Sitze ich auf den anderen. Oh Gott, denkst du, wir sind noch welche. In der Crack, einer Knock. Hinter uns. In der Zone. Ich weiß gar nicht wohin, ich weiß gar nicht wohin. Oh Gott, hier unten ist einer. Oh Gott, hier ist Rommelstrio, ich muss hier weg. Stopp. Oh. Du musst mir ein Biggie geben. Crack. Bei mir ist alles leer, bei mir ist alles leer. Oh, hier. Warten, nicht. Crack. Tot. Also Knock. Oh, hier ist noch einer. Oh Gott. Hier sind noch zwei. Oh, ich bin dann da so. Einer, einer. Der andere ist bei mir. Oh, ich bin tot. Was mache ich jetzt? Versuch zu überleben, irgendwie. Beste Komplätze zu töten da. Ich mach den. Ich mach den. Schieß weiter auf dich. Guck da. Du siehst alle. Wir sind gerade erstmal fein hier. Nice. Kannst du nehmen? Hinter dir, Walle hinter dir. Der hat keine Waffe. Komm zu mir. Ja, nice. Versteck dich erstmal dahinter. Kannst du mir kommen, Walle? Kurz rennen. Hinter dir. Hier. Hinter dir. Ja, 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 ja. Lass mich kurz in mir nehmen. Ah, sorry. Egal. Bleib hier neben mir. Peaky rechts von mir. Schieß damit da herauf. Geh nicht zu weit raus. Bleib da. 190, 190. Nice. Versuch hier zu weit da zu tanken, wenn es geht. Links von uns. Hier mit dem Hammer. Da. Der hat keine Waffe glaube ich. Ey, der darf keine Hammer ausspielen, wenn der keine Waffe hat. Der hat keine Waffe dabei, wenn man lost. Du schießt auf unser Denken auch von... Ah. Ja, wir müssen weg, wir müssen weg. Komm mit. Oh Gott, ich glaube. Oh Gott, ich glaube. Oh Gott, ich glaube. Oh Gott, ich glaube. Oh Gott, ich glaube ich bin fully fucked. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Und bei dem Stein hinter dir ist doch einer. Rechts von dir. Decker, diese Festung ist jetzt tot OP. Was ist denn die Festung, Walle? Oh Gott, ihr könnt keinen Fett ohne. Walle. W prevalence ist egal. Mach einfach weiter, was du machst gerade. Ach tut, das Schultz. Was ist denn die Festung, Walle? Mach einfach weiter, was du machst gerade. Mach einfach weiter, was du machst gerade. Ah, du bist bei Schultz. Da oben vorne, du musst jetzt postieren, Walle, ne? Du musst laufen. Komm, Damian, maybe wieder. Warte mal. Nice. Komm zu mir, Walle, ich mach diese Festung. Komm, hier hoch, hier hoch, hier hoch, zu mir. Ich mat misst dich. Komm zu mir rüber, bitte. Erstmal nicht peeken, ich kann nicht hin, ich kann nicht full hin. Okay, okay, okay. Sei ruhig gerade. Schau auf die Rechner erstmal, die sind gerade in mehr Gefahr, Walle. Die Routine, guck auf die, guck auf die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Busch noch, alles gut. Einer ist noch ein Busch. Okay, sehr gut. Der muss jetzt eh rotieren. Jetzt auf der Festung. Wir haben gerade die beste Pose, Walle, alles gut. Du musst nicht overpeaken, bleib ruhig. Alle offen, schieß einfach nur auf die raus, so viel wie geht. Okay. Yikes, Jan mit Valentina. Valentina ist noch am Leben. Alter. Junge, wie sieht denn die Grafik aus? What the fuck? Wer ist das? Das ist ein episches Pink-X-Duell. Das war's. Lame ist noch alive. Und das sind die ersten Gewinner, glaube ich. Ich glaube, das sind die ersten Gewinner, Chat. Valentina, Yikes, Jan und Lost Zeiss. Ich glaube, das müssten die sein, oder? Und es ist es. Und es ist es. Chat, Valentina Camouflage, Yikes, Jan und Lost Zeiss nehmen sich die ersten 3.333 Euro und 33 Cent mit. In-Game. Zeig. Zeig. Zeig mal ja deren Reaction. Schieß einfach nur auf die raus, so viel wie geht. Okay. Die töten sich alle gerade. Links nur noch die, nice. Das war's. Das war's. Dann lass die beiden, bleib. 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 Du bist rechts am Storm. Hier. Ich geh zu dem. Komm rein, Walde. Die haben keine Waffen hier. Komm her. Oh, die machen jetzt die 3. Komm her. Nein! Das ist ein Solo noch. Links von dir, links von dir. Ja, da. Da auf die Sonne. Warte mal. Oh, die war's. Oha. Ey, warte mal. Warte mal. Erste Runde. Was hab ich gemacht? Mal. Ich hab 11 Kids gemacht. Ihr seid die Besten. Warte mal. 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 Das ist gut. Ich bin ein Mini-Skin. Ja. Warte mal. Die Pisse von euch. Die ist gut. Pisse ist krass auf Close-Range. Die werden hier gleich hochkommen. Da reitet jemand auf dem Schwein! Soviel Schamann macht wie möglich Schön. Schöööön. Mach dich noch weg. Pop die mir nicht. Da muss doch mal jemand von hinten degrieven. Kommen die? Schöööön. Weiter so. Wir haben die Pose. Schaut auf die da runter. Direkt hier nach unten schauen. Die sind hier. Da unten. Tötet die. Tötet die. Hier unten. Hinter dem Hilf. Hier unten jetzt. Hier vorne einer. Sie tötet ihn. Jungs hier oben, schaut da rauf. Hinter dem Baum, hinter dem Baum dahinten, der läuft runter. Egal. Lasst hier bleiben erstmal. Einfach da rauf schauen. Valentino Camouflage. Ist Valentina jetzt auch live? Sie war vorhin nicht live. Ich hab keine Aero mehr. Ich glaub ihm eine Aero mehr. Digga, wenn Valentina das Ding hier holt, Chat. Ich hab keinen Aero mehr. Sie holen sich Y-Rex. Schön. Ihr habt ein bisschen Muni noch. Einer ist hier links dann. Der muss da auch gleich hochkommen. Aber die, schieß auf die, ja genau die. Die sind wichtiger. Geht hier hoch, geht hier hoch. Zeige. Zeige. Ohne Facecam. Valentina, Mann. 30, 30. Ich hab keine Aero mehr. Ich hab keine Aero mehr. Oh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wie können die sich alle denn nicht freuen? Bitte nicht. Bitte nicht, bitte reicht es. GG's. GG's in Chat. Wenn die sich nicht freuen, freuen wir uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wie schlecht aber. Was? 0,2. Sehr schön. Hier dich schnell, Jan. Sehr schön. Ich geh mich. Warte mal. Ich kann zu euch kommen. Wir können da oben wieder diese Doppelbase machen, die ich hab, okay? Okay. Ich renne. Du musst dann auch hier hin, komm Jan. Achso, achso, die gucken wieder. Ja, die machen. Kannst du hier herkommen zu mir, Wolle? Ja, komm. Ich versuche zu spaschen. Weiter kurz, Jan, okay? Jo. Achso, die anderen sind... Oh, komplett. Komm, Jan, feststück. Ich muss versuchen zu kommen. Ja. Ja, ja. Kommen wir rübergeklettert, schnell. Okay, selber. Da fliegen wir schon, da fliegen wir schon. Ja, versucht so viele Leute zu tanken, aber kriegt keinen Schaden. Walle links oben auch aufpassen. Das ist echt nicht. Viele sehen dich da. Viele können nicht sehen. Oh, 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 oh. Minus elf. Aber das ist super. Vergiss nicht. Wir brauchen jetzt noch nicht... Ja, okay. Versucht die besten zu targeten. Wenn ihr D töten könnt, ist gut. Schi, 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 schi. Los. Ich kann sonst versuchen... Ich versuche Muni für euch zu holen, okay? Ja. Da ist noch einer, oder? 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 Achtung, bei uns direkt. Du bist gerade weg. Ich habe vier und drei, Muni. Okay. Hier unten, hier unten, hier unten, schaut dahin. Schaut dahin. Hier, Muni liegt. 500 essen sie auf. 500 essen. Verdammt, 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 verdammt. Stopp, 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 stopp. Stopp, nehm die Muni. Die liegt da, die liegt da. Ein lustiger. Hier, hier, nehm die essen sie. Nehm die, nehm die. Da sind drei. Die müsst ihr abähmen. Schieß ruhig die Wall kaputt. Oh, oh ich habe Nades bekommen. Komm hier hinter sonst, wenn du, wenn die dich hitten können. Ihr müsst die kaputt schießen. Hast du noch ne Base? Hast du noch ne Base? Nein, 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 nein. Ihr müsst schießen. Ihr müsst schießen. Sonst für irgendwas nicht. Ja, dann sind wir hinter uns. Oh Gott. Nades, nades. Wir sind so fucked. Einer Crack? Gott. Ja, du bist alleine. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin, äh, äh, knapp in Ruhe, ne? Aber ich werde vier Bommes. Wenn du den hast, Jan, bist du der Beste. Versuch uns zu töten. Wir sind doch nicht insom. Wir sind doch nicht komplett insom. Ja, egal. Ich werde direkt splashern. Du musst über uns aufpassen. Einer hat minus 100. Das ist ein Trio, glaube ich. Einer Crack. Hinter euch. Hinter euch. Oh, einer ist unten. Verschießt auf mich. Oh, ich bin zu. Das ist one. Bei mir. Jetzt sitzt er mir. Sie fokusten auf mich. Eli, du fightest mal einen anderen. Rechts von dir. Wir fassen. Hilfe! 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 Wo ist er? Ich flasch dich. Ich flasch dich. Nein. Gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Nein, 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 nein. Ich flasch dich. Ich flasch dich. Nein, er geht los. Ich flasch dich weiter. Nein! Warte, 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 warte. Ge dich! Bruder, das ist so hektisch. Er ist über dir. Das ist so hektisch, Digga. Das ist wieder diese Valentina? Ja, ja. Es ist wieder. Aber ich glaube, wir hätten wohl nicht gewonnen, hätten wir Erster. Es ist schon wieder Valentina-Camouflage. Wir haben nur 5 Kills gemacht. Ich glaube, das hätte nicht gereicht. Echt jetzt, ja. Ich glaube noch. Es ist schon wieder Valentina Camouflage! Sie ist alleine klatscht gegangen! Sie hatten 1v3 raus, Gaun, ich fass es nicht. Sie haut einen 1v3 raus, Chat! Was macht der? Oh mein Gott! Aber ich weiß es nicht, ich glaube... Aber egal, wir haben 2 Runden gewonnen! Scheiß drauf! Es ist einfach... Es ist einfach geil! Warte mal... Alle One-Shots! Ich muss mich auch bedanken an alle, die teilgenommen haben. Mega nice! Real Talk, also hat mir sehr viel Spaß gemacht! Alter, wirklich herzlichen Glückwunsch vom tiefsten Herzen! Ich gönne euch das sehr, ihr habt es alle verdient! Habt ihr noch die abschließenden Worte fürs YouTube-Video? Hat sehr viel Spaß gemacht! Danke für den Invite und... Dankeschön, Emma! Sehr gerne! Oh, hier auch nochmal zusammengefasst! Guck mal hier, die zusammengefassten Gewinner auch nochmal! Mega nice!